Morgen zusammen zu meinem neuen Video und dem neuen Start einer Videoreihe. Mit dieser Reihe stelle ich spannende Unternehmen vor, die eine ganze Branche revolutionieren wollen. Ich meine damit nicht so etwas wie Airbnb, das die Hotelbranche digitalisiert, sondern wirklich bahnbrechende Neuerungen, die wir uns heutzutage noch gar nicht vorstellen können. Ich spreche zum Beispiel von einer Firma wie SpaceX. Wer glaubt heute schon daran, dass wir in einigen Jahren ins Weltall fliegen können oder sogar andere Planeten besuchen können. Oder Lilium. Können wir uns vorstellen, irgendwann Kurzstreckenflüge innerhalb eines Landes in einer Elektro-Minidrohne zu bewältigen? Wohl kaum. Alles Zukunftsmusik. Eines muss aber klar sein. Solche Themen bergen Risiken. Wenn wir vom Risiko-Rendite-Profil bei den ETFs unten links anfangen, kommen danach meine Wachstumseinzelaktien. Danach dann Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum. Die futuristischen Firmen, um die es heute geht, kommen irgendwo ganz oben. Oft gibt es nicht mal mehr als ein paar Versprechungen und Visionen in solchen Firmen. Keinen Umsatz, keinen Gewinn, keine Patente und so weiter. Folgendermaßen investiere ich in solche Titel nur mikrobische Summen, wie ihr später sehen werdet. Ich bin aber dennoch am Tech und den Ideen solcher Firmen interessiert und will etwas mitmischen. Wie immer, keine Anlageberatung. Die Aktie, die ich euch mitgebracht habe, versucht eine der größten Branchen weltweit zu revolutionieren. Es geht um Healthcare und noch spezieller um Medikamente und ärztliche Betreuung. Wie schneller das Neues kommen kann, auch in eine alte und große Branche, zeigt die Entwicklung von medizinischem Marihuana. Vor Jahren noch verpönt als Droge, kommen heutzutage immer mehr Medikamente auf den Markt, die sich den Wirkstoff der Pflanze bedienen. In eine ähnliche Richtung geht die Unternehmung von heute auch, nur noch futuristischer und noch radikaler. Bevor wir mit der Analyse starten, lasst mir doch gerne noch einen Kommentar oder Like für den YouTube-Algorithmus da. Kostet euch keine zwei Sekunden und unterstützt mein Content. Vielen Dank und jetzt geht's los. Während die ganze Welt aktuell auf die Pandemie gerichtet ist, gehen viele andere Themen unter. Wusstet ihr zum Beispiel, dass nur eine einzige Woche, bevor erneut bestätigt wurde, dass wir eine nationenweite Gesundheitskrise haben, ebenfalls bestätigt wurde, dass wir eine nationenweite Opioid-Krise in den USA haben, die denselben Status nach Ausmaß und Risiko bekommen hat? Die Opioid-Krise bezeichnet den starken Anstieg der Nutzung von Opioid-Schmerzmitteln, vor allem in den USA. Darunter zählt zum Beispiel Kodein und Heroin und noch viele andere weitere Substanzen. Wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, welche Auswirkungen die Krise hat, ist die wirklich gigantisch. Nur berichtet darüber leider niemand. Die illegale und übermäßige Nutzung von Opioiden ist nämlich weit verbreitet und hat oft mehrere Ursachen. Die Opioide werden dazu genutzt, um Schmerzlünderung zu erreichen. Dabei wird aber oft zu viel Opioid genutzt, was die Leute davon abhängig macht. Ein weiterer Grund ist, dass immer mehr Menschen Angstzustände haben. Weltweit sind rund 300 Millionen davon betroffen und oft endet der Missbrauch der heutigen Medikamente zu Überdosen und Todesfällen. Und eine Firma will dieses Problem lösen. Es geht um die Firma MindMed oder auch lang gesprochen MindMedicine. Man versucht mit neuesten Methoden und Ansätzen diese Probleme zu lösen. Es gibt zwar ein paar Newsartikel über MindMed und dem ein oder anderen Aktienforums Teilhaber wird die Aktie bekannt vorkommen, aber oberflächlich gesprochen ist die Aktie und das Unternehmen noch relativ unbekannt. Ich bin das erste Mal auf MindMed gestoßen durch Kevin O'Leary. Kevin ist einer der Investoren der Erfolgsserie Shark Tank aus den USA. Das ist dasselbe wie bei uns Höhle der Löwen. Er ist einer der größeren Investoren in MindMed und sagt dazu folgendes. Das könnte Leben retten, Depressionen heilen, Alkoholismus helfen und Menschen von Opioiden wegbekommen. Warum sollte ich nicht investiert sind? MindMed wurde 2019 gegründet, ist also noch eine etwas junge Firma. Hauptsitz ist aktuell in New York in den USA. Der Gründer und CEO ist J.R. Rahn, wobei es hier vor kurzem eine Neuerung gab. Und zwar ist der CEO freiwillig zurückgetreten, da er eingesehen hat, dass MindMed in dem Stadium, in dem es sich aktuell befindet, einen neuen Anführer mit anderen Qualitäten benötigt. MindMed sucht also aktuell nach einem neuen CEO. Wir wissen also, MindMed möchte viele der größten Probleme menschlicher Gesundheit lösen und das mit neuartigen Methoden. Sie selbst sagen zu sich, dass sie eine neue Art von Pharmafirma sind. Und zwar möchte man über mehrere Ansätze gehen. Zum einen will man die Zustände mit therapeutischer Hilfe bewältigen und zum anderen mit Psychedelika inspirierten Medikamenten arbeiten. Psychedelische Medikamente sind komplettes Neuland. Angefangen hat ein kleines Investment der John Hopkins Universität in ihre Division, die sich mit diesen Themen befasst, und das erste zugelassene Medikament am Markt. Ein Nasenspray von Johnson & Johnson, welches die erste revolutionäre Behandlungsmöglichkeit bietet, für Depressionen und durch Psychedelika aufgebaut ist. Aber nach und nach haben das Potenzial solcher Medikamente mehrere Leute erkannt. Und so haben neben Kevin O'Leary auch große Namen wie Peter Thiel oder der Canopy Growth CEO Bruce Linton in Firmen investiert, die sich mit der Erforschung psychedelischer Medikamente beschäftigen. MindMed ist hier einer der Top-Titel. Man hat eine superbreite Pipeline und ist einer der Vorreiter in diesem Gebiet. Aber was macht MindMed denn jetzt nun genau? Und zwar nutzt man die Inhaltsstoffe von bekannten Drogen, wie zum Beispiel LSD oder MDMA, um Krankheiten wie Migräne, Drogenabhängigkeit, Depressionen, Alkoholismus und posttraumatische Belastungsstörungen zu bekämpfen. Drogen mit Drogen bekämpfen? Wie soll das gehen, fragt ihr euch. Johnson & Johnson Spart Janssen hat es vorgemacht. In 2019 wurde nämlich das erste Psychedelika-Medikament von der FDA approved. In diesem Nasenspray sind nur super winzige Mengen von den drogenähnlichen Wirkstoffen enthalten, die aber ausreichen, um Krankheitsbilder zu bekämpfen. Das Nasenspray soll Depressionssymptome lindern und kann privat genutzt werden. MindMed geht aber noch einen ganzen Schritt weiter. Und zwar will man Dosen verabreichen, die auch stärkere Auswirkungen auf den Menschen haben. Alles unter ärztlicher Aufsicht. Bei den sogenannten Experimental Therapies wird einem genug verabreicht, sodass man einen halogenen Effekt erfährt, also eine starke veränderte Wahrnehmung der Realität hervorrufen kann. In diesem Trance-Zustand wird man dann parallel von einem ausgebildeten Therapeuten und Arzt begleitet, der einem dabei hilft, eine transformative Heilung der psychischen und geistigen Gesundheit zu erreichen. Natürlich gibt es schon Medikamente, um Themen wie Drogenabhängigkeit, Depressionen und Angstzustände zu bekämpfen. Aber diese funktionieren einfach nicht so wie gewollt und haben größere Nebenwirkungen. Viele Patienten fallen nämlich nach Ende der Anwendung wieder zurück und haben Rückfälle in den Drogenkonsum. MindMed sagt dazu, dass ihre Medikamente weniger Nebenwirkungen haben. Ähnlich wie bei der Debatte Alkohol vs. Marihuana ist es auch bei den Opioiden so, dass es weniger Schlimme und Gefährliche gibt als andere. LSD ist zum Beispiel nur für einen Bruchteil der Notfallkrankenhausaufenthalte verantwortlich im Vergleich zu Heroin oder Kokain. LSD in richtiger Anwendung kann also bei geringem Risiko auch gute Effekte haben. MindMed teilt die Strategien und Behandlungen hier in zwei Seiten auf. Links die nicht-halluzinogenen Medikamente, wo zum Beispiel Mikrodosen verabreicht werden. Diese bekommt man dann einfach von der Apotheke nach Ausstellung eines Rezepts von einem Arzt. Und rechts die wirklich Halluzination hervorrufenden Medikamente in starker Dosis. Diese Therapie ist dann in Begleitung eines Arztes und muss vor Ort in einer Klinik erfolgen. Bei den Entwicklungen und Forschungen arbeitet man übrigens mit führenden Universitäten und Kliniken zusammen. Der Arzt Dr. Peter Gasser ist zum Beispiel der einzige Arzt, der weltweit legal LSD an Patienten anwenden und ausprobieren darf. Allgemein ist MindMed in einem noch so frühen Stadium, dass viel über Testen, Forschen und Wissenschaft angegangen werden muss. Man baut sich daher eher ein großes Patentportfolio auf, als dass man zig Medikamente auf dem Markt haben wird in ein paar Jahren. Nur so rein von dem Punkt aus, wo die Firma aktuell steht. Die Pipeline an den Produkten, in denen MindMed forscht, ist auch noch eher am Anfang. Sie unterscheiden die drei Phasen Discover links, dann Develop und zum Ende Deploy. Aktuell befinden sich 17 Trials in der Discover-Phase und drei Commercial Trials im Development. Damit hat man die größte und breiteste Pipeline im ganzen Psychedelik-Medizin-Bereich, die es aktuell gibt. Heißt, wer auf diesen Trend setzen will, ist mit MindMed gut bedient. Aber die Zielmärkte haben es trotzdem in sich. Hier seht ihr mal die drei Commercial Trials, die aktuell im Development sind. Schauen wir uns doch mal kurz an, was einer davon lösen möchte. Ein Trial davon möchte die Opioid-Krise lösen. Nur um euch mal eine Vorstellung zu geben, wie gewaltig das Potenzial ist. Die Opioid-Krise verursacht in den USA aktuell Kosten in Höhe von 500 Milliarden und es täten fast 50.000 Patienten mit Überdosen auf. Das sind wirklich schreckliche Ausmaße, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Eine Lösung, die es dafür schon gibt aktuell, ist Ibogaine. Das Medikament funktioniert. Nach Einnahme der Pille kommen viele Patienten weg von den Drogen. Aber leider hat das Medikament auch erhebliche Nebenwirkungen. Das 18MC-Projekt von MindMed setzt nämlich genau hier an. Man möchte den heilenden Effekt haben, der durch die psychodelischen Substanzen verursacht wird, möchte aber die Nebenwirkungen nicht nur beseitigen, sondern noch mehr positive Effekte daraus ziehen. Folgende Grafik finde ich mega interessant. Ihr seht hier in Grau die Dopaminlevel eines Menschen und in hellblau extern hinzugefügte Effekte. Dopamin ist übrigens verantwortlich für das Belohnungssystem in unserem Gehirn. Dopamin fördert unseren inneren Antrieb und ist ein positives Erlebnis. Wenn wir uns mal ganz links die Dopaminlevel eines Menschen anschauen, welche Opioide konsumiert, sehen wir, dass jedes Mal nach dem Konsum ein Peak entsteht. Heißt, wir haben einen Boost, welcher sich gut anfühlt. Wenn aber nun regelmäßig konsumiert wird, passt sich der Körper an und wir werden abhängig. Das heißt, unser Normallevel, das wir benötigen, sinkt ab. Wir haben im Grunde genommen von Haus aus schlechte Stimmung, keinen Antrieb und fühlen uns schlecht. Wir benötigen neue Drogen, um wieder Pieks zu erzeugen. Diese Pieks sind dann aber nur noch wirksam, wenn wir extrem viel konsumieren. Wir benötigen nämlich schon eine Mindestmenge, um überhaupt auf unsere Baseline von davor zu kommen. Hier rechts seht ihr, wie aktuelle Medikamente auf dem Markt wirken. Diese schaffen es zwar, den Dopaminspiegel auf einem flachen Niveau zu halten, welches ähnlich zur Baseline läuft, jedoch nur solange das Medikament eingesetzt wird. Es löst das Problem also nicht, sondern überbrückt es nur. Nach Absetzen ist die Chance hoch, wieder rückfällig zu werden, da das Baseline-Dopamin-Level wieder abfällt. Das 18MC-Projekt von MindMed möchte genau das verändern. Durch die Therapie soll nämlich die Dopamin-Baseline wieder auf das Niveau vor der Opioidabhängigkeit kommen. Damit wäre ein gigantisch großes Problem gelöst und zwar permanent. Die Menschen könnten selbst nach Absetzen der Medikation einfacher normal weiterleben. Doch der Weg dahin wird noch lange sein. Aber das Kluge ist, auf dem Weg dahin patentiert MindMed alle möglichen Schritte und Erkenntnisse und Testergebnisse. Man baut sich ein ganzes Portfolio von Intellectual Property auf im Bereich von Produktion, Formeln, Dosiermengen, AI, Machine Learning Algorithms und Digital Health. Man denkt aber auch jetzt schon langfristig und baut sich die Infrastruktur der späteren Anwendung auf. Schon jetzt investiert man in das Recruiting und Training von klinischen Forschern und Psychiatern, die später die Therapien anbieten und umsetzen sollen. Vor kurzem hat MindMed dann angekündigt, die Firma HealthMode zu übernehmen. Mit HealthMode baut man sich ein zweites Standbein auf. Mit MindMed 2.2 wird man nämlich nicht nur eine Forschungsfirma sein, sondern auch noch eine geistige Gesundheitstechnologie-Plattform anbieten, die es in Zukunft ermöglichen soll, neue Patienten in schnellster Zeit auf die Therapien vorbereiten zu können. Die Plattform heißt Albert und es spezialisiert auf die Bedürfnisse von Psychiatern. Ich kann hier Remote Daten meiner Patienten aufnehmen, auswerten lassen und mit einem Psychiater Kontakt aufnehmen. Das Ganze geht etwas in die Telemedizin-Richtung, ist aber primär schon dafür gedacht, dass die Psychedelika-inspirierten Therapien umgesetzt werden können. Durch die modernsten Technologien kann ich jeden Tag meinen Mental Health Zustand reporten und Daten abgeben, die dann später in eine genaue Therapie umgewandelt und angepasst werden und mein Psychiater ist direkt involviert über eine Schnittstelle. Die Daten sammelt man dann beispielsweise aus Smartwatches, Handys, Text-Input, Sprachnachrichten und verschiedensten Quellen zusammen. Aus den neu gewordenen Datenpunkten nutzt Albert dann verschiedene Machine Learning Avigarisms, um Modelle zu bauen und zu bewerten. Diese Software-Plattform und Lösung erfährt in der Industrie ein großes Interesse. MindMed spricht vom Umsatz in absehbarer Zeit. Unter anderem hat man eine Partnerschaft mit Novartis und Merck abschließen können. Sehr gute News, wie ich finde. Zusammenfassend lässt sich also sagen. MindMed ist an einem absoluten Neuland-Thema dran. Jedoch wird das Thema mentale Gesundheit immer wichtiger. Selbst Marihuana für medizinische Zwecke ist noch relativ am Anfang. Mit MindMed will man noch eine Schippe drauflegen und die Wirkung von Psychedelika nutzen, um große Probleme der Gesellschaft, die Opioid-Missbrauch oder Angstzustände zu heilen. Wenn man es auch nur schafft, ein einziges wirksames Präparat auf den Markt zu bringen, dann hat MindMed eine glorreiche Zukunft vor sich, da die Märkte an sich einfach enorm groß sind. Eines muss aber klar sein. Aktuell ist MindMed einfach nur eine Idee. Ein paar Forscher und Studien und das war's. Kein größerer Umsatz und kein Profit. Die Firma schreibt auch noch Verluste. Positive Nachrichten ist aber der Cash-Bestand von MindMed. Ende von 2020 hätte man noch 160 Millionen US-Dollar auf der hohen Kante. Der Verlust in 2020 betrug hingegen nur um die 35 Millionen US-Dollar. Das heißt, man könnte zumindest mit dem aktuellen Cash-Bestand einige Jahre weiter forschen, ohne weiteres Kapital aufnehmen zu müssen. Die Aktie ist an der Nasdaq in Frankfurt und in Kanada gelistet. Schön finde ich, dass das Management-Team immerhin 17% aller Anteile hält und man prominente Investoren an Bord hat. Die Bewertung lasse ich mal unkommentiert stehen, da wir keine Vergleichsgröße wie Umsatz, Profit oder Konkurrenten haben. Das Ganze sollte man eher wie ein Start-up-Investment sehen. Die Firma ist aktuell 1,3 Milliarden US-Dollar an der Börse bewertet. Ich selbst bin wirklich nur mit einer Mini-Position und Spielgeld reingegangen. Ich habe um die 200 Euro investiert, die jetzt ca. 300 Euro wert sind. Ich finde das Thema, das Team und das Investoreninteresse einfach spannend und die Idee mit dem Microdosing von bekannten Drogen sehr interessant. Wenn ihr auch solche Titel kennt, lasst sie mich gerne mal in den Kommentaren wissen und auch, ob euch das Format gefallen hat. Ich habe noch zwei oder drei andere von solchen verrückteren Unternehmen, die weg vom klassischen Investieren gehen. Das ist aber wirklich kein rationales Investment. Ich finde es trotzdem spannend, euch auch Firmen zu zeigen und vorzustellen, die vielleicht noch nicht jeder auf dem Schirm hat, die auch neue Technologien und Ansätze beleuchten. An der Stelle wie immer keine Anlageberatung. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Finanzbär. Bis zum nächsten Mal.